Qualität und Service zu fairen Preisen, das bietet Ihnen die Zahnwerk-Frästechnik GmbH in Solingen. Wir fertigen dentale Gerüste für Kronen, Brücken und Implantatversorgungen aus Hightech-Keramiken, Metallen und Kunststoffen. Unsere Kunden sind gewerbliche zahntechnische Labore und Praxislaboratorien von Zahnarztpraxen. Modernste Cut-CAM-Technik garantiert optimale Passungen des fertigen Gerüstes. Die Konstruktionen auf Basis von Sägestumpfmodellen erfolgen vollständig digital, insbesondere bei vollanatomischen Modulationen wird hohes zahntechnisches Wissen und technisches Können von den Mitarbeitern verlangt. Kunden, die über einen eigenen Scanner verfügen, übertragen lediglich ihre Datensätze. Das Fräsen übernimmt Zahnwerk. Bei eventuell auftretenden Problemen unterstützen Sie gerne unsere Techniker per Fernwartung. Die eingesetzten Fräßmaschinen bilden die Grundlage für die Präzision der fertigen Arbeit. Moderne 4- und 5-Achs-Fräsautomaten sind die Voraussetzung für perfekte Passungen. Schnelle Fräsprozesse mit automatischen Materialwechseln erfordern von unseren Mitarbeitern tiefe Kenntnisse in der Kamm- und Maschinentechnik, denn nicht selten müssen Frästemplates den komplizierten Aufgabenstellungen komplexer Arbeiten angepasst werden. Für unsere Kunden mit eigenem Scanner bieten wir Kurzworkshops an, um schneller und besser die umfangreichen Möglichkeiten der aktuellen Dentaldesignprogramme nutzen zu können. Unser Schulungsraum bietet außerdem Möglichkeiten der Nutzung für Fachvorträge und regelmäßige Schulungen unserer Mitarbeiter. Das familiengeführte Unternehmen beschäftigt ausschließlich qualifizierte Mitarbeiter und steht für Spitzenqualitätsprodukte. Die fertige Arbeit ist das Produkt aus hochwertigem, qualitätsgeprüftem Material, innovativer Fünfachsmaschinentechnik und fachkundigem Wissen bei Konstruktion und Fräsprozess. Eine funktionierende Logistik sorgt für schnellstmögliche Rücksendung der fertigen Arbeiten. Rufen Sie uns einfach an, gerne sprechen wir mit Ihnen über eine auf Ihr Unternehmen abgestimmte Zusammenarbeit.